Herzlich Willkommen bei einer neuen Meditationsreise und heute machen wir etwas ganz Neues. Und zwar geht es wirklich darum, dass du eine korrekte Information in die kleinste Ebene, in die Quantenebene, wenn du so möchtest, deines Bewusstseins einpflanzt, sodass sich, sagen wir mal, Körper, Geist, Seele zusammenfügen und gut heilen und damit eigentlich alles in Heilung gehen kann, was du dir vorstellst. Das heißt, du kannst wirklich mit dieser Meditation ganz unterschiedliche Themen in deinem Leben, in deinem Alltag bearbeiten und auch positiv beeinflussen, indem du wirklich auf der tiefsten Ebene eine Änderungsinformation reinspielst. Und das werden wir uns heute anschauen, wie das funktioniert. Und du lässt dich einfach anleiten. Es ist kein Problem, wenn du jetzt keine Bilder direkt siehst, sondern entspann dich einfach mal und schau mal, was sich tut. So, schließ jetzt mal deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und tief ein. Und wieder aus. Und mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr. Und während du dich entspannst, spürst du, dass sich deine göttliche Führung, deine innere Führung mit dir verbindet und du wie von einem goldenen Licht geführt wirst. Und dieses goldene Licht ist dein höheres Selbst. Und dieses höhere Selbst bringt dich jetzt in eine Frequenz der Heilung und auch an einen Ort, wo Heilung möglich ist. Und dieser Ort, wo Heilung möglich ist, du gehst jetzt wirklich zum kleinsten Molekül deines Wesens. Also stell dir mal vor, dass dein höheres Selbst, das wirst du in einer Maschine, wo du geschrumpft wirst, alles um dich herum wird riesig groß und du wirst immer kleiner, 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 kleiner. Und schrumpfst immer weiter zusammen unter der Führung von deinem höheren Selbst. Und während du da immer kleiner wirst, wirst du auch immer bewusster. Das heißt, das goldene Licht durchfließt dich immer mehr, durchdringt dich immer mehr. Und du spürst, dass du auf einer Reise in dich selber bist, und zwar eine Reise, wo du mit deinem Bewusstsein in deinen physischen Körper reist, in deine Realität reist und dort zum kleinsten Anteil reist. Das bedeutet, alles um dich herum wird riesig groß und du tauchst tiefer in dich ein, bist du mit deinem göttlichen Bewusstsein an die Urwurzel all deines Leidens gelangst. Also dort, wo dein Leidensdruck programmiert ist, ob das jetzt ein physischer Leidensdruck ist, ein psychischer Leidensdruck, in diese Urwurzel reist du jetzt mit deinem Bewusstsein und du nimmst nun vor dir mal diesen Leidensdruck, diesen Urdruck wahr. Und nun geht es darum, ganz bewusst diesen Ur-Leidenspunkt zu transformieren. Und beobachte einfach mal ganz entspannt vor deinem inneren Auge diesen Ur-Leidenspunkt. Ursprung für Entzündungen in deinem Körper, Ursprung für verschiedenste Verspannungen in deinem Körper, Fehlstellungen. Ursprung vom psychischen Leid in deinem Körper. Und stell dir mal dieses Ursprungs- Quantenmolekülchen vor. Und das ist nicht böse, das ist auch nicht negativ, das ist ein Teil von dir. Aber schau es dir mal an, welche Farbe hat dieses Molekül? Welche Frequenz würdest du sagen? Hat es einen Klang? Hat es irgendeine Qualität? Welche Form hat dieses Molekül? und vor allem, was würde es jetzt benötigen, damit es in die Heilung gehen kann? Und genau das in die Ur-geheilte Form soll dieser Ursprung des Leids zurückgebracht werden. die Ur- heile Form und jetzt stell dir mal vor, dass dieses goldene Licht, das du in dir trägst und um dich trägst, beginnt in diesen Ursprung von allem Leid einzufließen. Und du nimmst drei goldene Strahlen wahr und du weißt, ein Teil heilt die körperliche Komponente, das körperliche Leid, ein Teil dieses Strahls, das seelische Leid und einstrahlen dieses goldenen Strahls, dieses Heilungsstrahl, das geistige Leid, Körper, Geist, Seele. Drei Strahlen, drei goldene Lichter, die von deinem Heilungslicht zu deinem Ur-Schmerz, Ursprung einfließen. Und voller Geduld bleibst du in deiner Mitte und beobachtest, wie diese drei Strahlen zu diesem Urquäntchen der Disharmonie einfließen. Das Licht der Urharmonie, des Urvertrauens fließt jetzt in diese, in diesen Ursprung des Leids, der Disharmonie ein, dem Ursprung aller Disharmonie in dir, dem kleinstmöglichen Teil. Und diese Energie, diese drei goldenen Strahlen fließen ein und du erlaubst dir jetzt mal geduldig zu sein und zu vertrauen. Jegliche Zweifel und Anspannungen dürfen jetzt von dir abfallen und du spürst, dass du in einer absoluten Heilungsenergie bist. Und diese Heilungsenergie fließt an die Wurzel von jeglicher Verzweiflung in dir. Und du kannst wahrnehmen, wie sich dieser Verzweiflungspunkt, dieses Quäntchen beginnt zu wandeln. Es wird vielleicht heller, vielleicht wird es ein bisschen weicher, weiter. Aber diese drei Strahlen, Körper, Geist, Seele fließen weiter ein. Und du spürst jetzt in diesem Ursprungsmolekül, in diesem Quäntchen deines Unwohlseins entsteht etwas Fantastisches, nämlich in all dieser Dunkelheit, in all der Anspannung, die du da wahrgenommen hast vielleicht, entsteht ein goldener Funken, ein goldenes Licht. Und du spürst, dass sich dieses Quäntchen jetzt transformiert. Dass dieser Ursprung deines Leidens, egal ob körperlich, psychisch oder seelisch, dass sich dieser Ursprung jetzt wandelt, transformiert, das goldene Licht weitet sich aus. Und du spürst, wie dieses Teil dieses innerste Quäntchen lichtvoll wird, zu einem Heilungslicht wird. Und dieses Heilungslicht darf sich jetzt dann ausbreiten. Das heißt, dieser Urquantenteil all deiner Blockaden und deines Leidens ist nun zum Urteilchen der Heilung, der inneren Heilung geworden. Und diese Heilung setzt sich jetzt fort. In jedem Quäntchen, in jeder Zelle, die sich geteilt hat und negativ geworden ist, also negativ inspiriert war, die Leidensdruck auf dich ausgeübt hat, erklimmt jetzt dieses strahlende, wunderschöne Heilungslicht. Und jede weitere dunkle Zelle, jede weitere dunkle Quanteninformation darf sich jetzt aus deinem Netzwerk transformieren und auch diese Lichtgestalt annehmen. Und du beobachtest das alles von deinem Lichtanzug aus wie es ist ein Eindruck wie ein Sternenhimmel, als würden nun endlich viele strahlende Lichter, Sterne aufgehen. Also du spürst, dass sich diese Heilungsinformation fortsetzt. in jeden Winkel deines Wesens, in jeden Teil deines Körpers, in jede Quanteninformation deines Bewusstseins setzt sich jetzt diese Heilungsinformation fort. Und du atmest mal tief ein und wieder aus und beobachtest von deiner Daseinsebene den Prozess der Heilung. Und egal ob aus diesem Heilungslicht, aus diesen heilen, heiligen Informationen jetzt neue Muskeln, Knochen gespannt werden, ob sich Krankheiten lösen, ob sich ein Leidensdruck ein seelischer löst, ob sich vielleicht auch zwischenmenschliche Themen lösen, es ist ganz egal, du spürst, die Heilung ist jetzt in Gange. Und erlaube jetzt mal, dass sich diese Heilung auch noch mal in deinem Körper ausbreitet. Von der kleinsten Ebene breitet sich nichts mehr in deinem ganzen Wesen ist im Ungleichgewicht. Alles balanciert sich aus. Und du spürst diese Balance, du spürst diesen Ausgleich. Erlaube dir jetzt mal ganz dankbar zu sein, ganz still zu werden, ganz bewusst zu sein. Vor allem auch sämtliche Fehlinformationen, die in deinem Kopf gespeichert waren, Ärgernisse, Irrglauben, all das weitet sich und geht in die ursprünglichste, heilste Form zurück. Deine Einbildung oder Vorstellung von der Welt löst sich und du tauchst in ein Licht von Harmonie und Frieden ein. Und du erlaubst dir in einer heilen Welt zu erwachen. Du erlaubst dir in einem heilen Körper mit heilem Geist und heilem Bewusstsein zu erwachen. Grenzenlose Heilung, grenzenloser Frieden, grenzenlose Harmonie. Vom kleinsten ins größte Molekül deines Daseins. Atme tief ein und spüre, wie du wieder mehr und mehr deinen Körper einnimmst, dein Alltagsbewusstsein, wie das mehr und mehr zurückkehrt. Aber du bleibst in deinem höheren Selbst, in diesem Bewusstsein, du wirst wieder größer und alles rund um dich herum normalisiert sich, die Eindrücke normalisieren sich. Aber du spürst auch, wenn du in deinem Alltagsbewusstsein bist, deinem Erwachsenen Dasein, wie es in deinem Wesen, in deinem Körper zu dieser positiven Reaktion kommt. Wie das Licht fließt, das Heilungslicht sich durch deine Zellen durcharbeitet, durch deine Energiekörper durcharbeitet. Denn in deiner ursprünglichsten Form hast du jetzt Heilung auf alle Ebenen gebracht. Und du bedankst dich jetzt mal bei deinem göttlichen höheren Selbst, bei deinem Bewusstsein und spürst noch mal nach, spürst noch mal diese Energie, diese Lebenskraft. Und dir ist bewusst, dass du durch Zeit und Raum gereist bist, um den Ursprung all deines Leidens zu transformieren, um Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen. und du bedankst dich bei deinem höheren Selbst, atmest auch noch mal tief ein und wieder aus und streckst deinen Körper, bewegst dich mal und spürst noch mal nach, wie es dir geht. Bedank dich noch einmal bei deinem höheren Selbst für diese Reise und mach dir bewusst, dass du jederzeit diese Reise wiederholen kannst, du wieder zurückgehen kannst, wieder in diesen Kern gehen kannst, wieder Aspekte bearbeiten kannst, wenn du das Gefühl hast, dass es notwendig ist und dass deine innere Heilerin, dein innerer Heiler immer an deiner Seite ist. Aber für jetzt, für diesen Augenblick kommst du ganz ins Hier und Jetzt zurück, öffnest deine Augen in einer perfekten, synchronisierten, heilen, lichtvollen Welt. Und es ist schön, dich in deiner geheilten Form hier begrüßen zu dürfen. Öffne deine Augen und komm wieder ganz in deinem Tempo ins Hier und Jetzt zurück. Wie ist es dir gegangen? Wie ist es dir mit deinem Licht gegangen? Wie spürt es sich an? Was hat sich jetzt verändert während dieser Meditation? Ich freue mich schon auf deine Reaktionen und ich bin schon sehr gespannt darauf, was du dazu sagen kannst und was du auch zu dieser Technik zu dieser Meditation sagst. Das ist jetzt eben das erste Mal, dass ich die jetzt mal so geteilt habe, auch mit dir geteilt habe und ich werde da auch Kurse dazu anbieten, also einfach auf meine Homepage schauen, zu dieser Technik dann auch, aber schau einfach mal, was sich da tut und wenn du Lust hast, wiederhole gerne diese Meditation, lass mir einen Daumen hoch, da abonniere meinen Kanal und ich freue mich natürlich wenn wir uns wiedersehen bis nächstes Mal aus dem wunderschönen Linz dein Oliver Renni Tschüss Bis zum nächsten Mal